Herzlich Willkommen zurück bei Final Fantasy. Ich liebe das Spiel. Gut, wir haben heute fürs Loginbonus ein Elixier gekriegt und ich habe gestern ja nicht aufgenommen. Ich habe aber trotzdem eingeloggt und zwar Fertigkeitstickets habe ich bekommen. Deine Leihkarten wurden dreimal verwendet. Du erhältst Freunde-Tickets drei. Cool! Nur zu Lebensort, nur von fünf Tafeln, zwei Stück, damit ich reisen kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und diese Leihkarten, das bin halt ich und zwar diese hier. Muss ich aber wieder umstellen. Ich möchte natürlich wieder meinen, wo ist meine Karte? Das ist meine erste Karte gewesen. Das ist meine andere gewesen. Dann hatte ich die. So und das war dann so. Irgendwie so hatte ich es doch glaub ich, oder? Aber die würde ich gerne generell austauschen. Und zwar würde ich die beibehalten. Wohl, wartet mal. Äh, äh, ja doch. Doch, doch, doch. Gibt zwar nicht sehr viel, aber... Schufe 41 Krieger bin ich mit dem Ganzen. Und wir können hier etwas freischalten. Ich habe nämlich ein kleines bisschen noch mal hier gesammelt ohne Aufnahme. Bessern, zehn Prozent Anzeige. Wollen wir direkt mal machen. Yay! So, jetzt müssen wir noch für die vier sparen. Das ist eine Menge tausend, tausend fünfhundert, zweitausend einhundert der roten hier. Das heißt, äh, ich habe gerade mal, ja. Wow. Zwei tausend einhundert. Das heißt, zweitausend brauchen wir da noch. Sechs sechzig davon. Da haben wir Naraniente. Ui. Dunkel. Okay. Und die sind... Die grün? Oder sind das die... Nee, das sind glaub ich die hier. Genau, Licht. Licht. Ja, das hätten wir. Fast komplett beides. Aber natürlich fehlt es trotzdem. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt kriegen. Haben wir irgendwas Dunkels? Nö. Aber wir brauchen viel Feuer. Jetzt kriegen wir neun. Vier, vier, zwei. Das brauchen wir eigentlich auch nicht zur Zeit. Also kriegen wir schon zwölf. Licht kriegen wir auch. Okay. Dunkel. Da müssen wir nur irgendwie mal gucken, dass wir das irgendwie bekommen. Ähm. Irgendwie ne Karte oder so. Das bekommen wir vielleicht in einem neuen Gebiet oder irgendwie was. Aber auf jeden Fall müssen wir da mal gucken. So, wir haben noch was zum Abholen. Genau, das Elixier. Ja. Und wir starten hier noch einfach mal, um nochmal hier das zu kommen. Wir leihen das einfach mal. Die Karte und starten rein in den Kampf. Meintlich andere Gegner. Ja. So, wir begehen natürlich das alles automatisch. Diese ganzen Kämpfe. Aber das ist ja übel. Und die heilen sie auch noch. Und werfen Granaten. Und haben Maschinengewehre. Also das ist ja... Übel. Das ist ja richtig übel. Mein Gott. Ich glaube, hier hätte ich trainieren sollen, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber die sind, glaube ich, auch Feuertypen, so wie es aussieht. Das heißt, die Karten werden dann... Es müsste ja zum Schluss von den Karten geben, oder? Erste Hilfe, eh? Ich bin verrückt. Rein in den Schockzustand. Oh. Ja, doch. Es gibt Karten und ich habe eine bekommen. Geil. Sehr cool. Okay. Ich überleg' gerade drauf. Die sind jetzt keine Feuertypen. Es gibt auch von denen verschiedene Typen, aber die sind irgendwie trotzdem gleich. Was haben die ständig mit ihren Kugeln? Kämpf doch mal vernünftig. Mit Schwert. Wie ist es gehört? Schutzbruch. Oh, ich bin da. Oh, ja. Oh, ist das übel. Also, wir müssen hier definitiv noch trainieren. Guckt euch das doch an. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens verloren. Bevor wir auf den Boss treten, müssen wir auf jeden Fall trainieren. Das ist doof. Und ich dachte, ich habe mich erstmal ein bisschen vorbereitet, indem ich woanders erstmal gekämpft habe. Aber natürlich habe ich auch keine ganz ausgebildeten Karten jetzt dabei. Zwei Stück müssten eigentlich noch nicht ausgebildet sein. Vielleicht liegt es auch da dran. Er liegt wahrscheinlich da dran. Ja, aber so krass. Oh, nur 144 Leben dazugeheilt. Oh, ha. Und das ist jetzt die dritte von fünf Runden. Oh, Mann. Wir haben so ein geiles Katana da. Die ist so lang. Und trotzdem hau ich viel. Ey, das ist... Hau mal doller zu. Oh, Stoena. Hau doller zu. Ja, rein in den Schock. Und jetzt... Ah, ah. Oh, knapp. Das hätte ja noch klappen können. Also echt mal. Ja. Okay, auf in die nächste Runde. Oh, das sind ja nur die Typen. Das ist ja furchtbar. Oh, das ist ja nur die Aufmerksamkeit. Oh, das ist ja nur die Rückstabende. Oh, das ist übel. Na komm schon. Hau sie um. Ja. Also wie die Attacken und so aussehen, ist ja richtig der Hammer eigentlich. Da haben sie richtig viel Mühe wiedergegeben. Guck euch doch diese Wirbel an, die sie da erzeugen. Einfach der Hammer. Verlangsam... Verlangsam? Was? Ich bin in den Schock. Hau ihn. Hau ihn. Oh, nein. Oh, nur die Hälfte. Das ist ja übel. Ach, du Schande. Du heiliger. Also das ist ja übel. Oh, und wieder voll. Und noch drei. Oh, das ist ja übel. Muss das sein? Wir müssen definitiv trainieren. Guckt euch an, wie lange ich für die brauche. Das ist... Also das geht gar nicht anders. Wir müssen auf jeden Fall hier was machen. Eieieieiei. Die Kampf geht ja schon gefühlt zehn Stunden. Wenn wir hier nicht trainieren, gehen wir bestimmt bei den nächsten auf jeden Fall drauf. Ich überlege gerade, sollten wir hier überhaupt langlaufen oder vielleicht wieder zurück und woanders trainieren. Aber wir müssen mal gleich abwarten, wie viel XP das gibt. Beziehungsweise Erfahrungspunkte es gibt. Und wie weit wir kommen. Und unsere Karten müssen ja halt auch weitergelevelt werden, damit wir die auch besser nutzen können. Bin ich gespannt, ob die was richtig bringen oder so. Das ist ja übel. So, in Schockzustand. Nein! Bitte, er darf sich nicht heilen. Hau ihn runter, hau ihn runter! Oh, Gott sei Dank. Nein, ich heilen, bevor ich dich doch umhauen will. Ja! Jetzt... Yes! Oh, Gott. Ich hab fast eine ganze Folge draufgesangen, nur für Einkampf. Aber ich hab neuer Highscore geschafft. Cool. 3490... So wenig XP? Und nur eine Karte. Ey, heiliger Bim Bam. Ei, 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 ei. Oh, Gott, Leute, das ist echt übel. Ach, du Eiland. Tägliche geschafft. Schön. Erि Vielen Dank.